Verbrecher aufgepasst. Wir schicken unsere neuen Teams in den Einsatz. Polizei! Waffe runter! Alle abfahren. Huck, zuck. Richter und Sendera greifen ein, wenn's brenzlig wird. Oh nein, ich stehe auf der Brücke. Ich kann nicht mehr. Alles wird gut. Ich weiß, was für ein wundervoller und wertvoller Mensch du bist. Und Bernie Kuhnt hat ne neue. Zwei Kommissare, ein Job. Grünberg und Kuhnt klären jeden Mordfall auf. Stimmt! Raus, raus, raus! Unsere besten Teams am Vorabend. Richter und Sendera. Und danach Grünberg und Kuhnt. Ab Montag, ab 18 Uhr in Sat.1.